Agastya Rasana ist die Stellung, die dem heiligen Agastya gewidmet ist. Agastya Rasana ist eine Variation von Purna Matsyendrasana vom vollen Drehsitz. Die Stellung ist eine Spur leichter als der volle Drehsitz. Du schaust am besten Raffaela zu, wie sie hineingeht. Agastya gilt als einer der ganz großen Rishis und Heiligen. Gerade für Kerala, Südindien, ist er wie der Nationalheilige. Aber auch in Tamil Nadu spielt eine wichtige Rolle. Er gilt als einer der Siddhas, einer derjenigen, die Unsterblichkeit erreicht haben, die Vollkommenheit erreicht haben und die Menschen bis heute inspirieren.